естdididididididididididididididididididi daddz hu traction kerness hat auch laut xd xd wie unfair wie egal noch wie üppisch geiler typ einfach heyest äHÍPŪCH 아 Mann Und ich möchte Paula heilen, das ist nicht schön. Ämm, see. Live-Ar-Beta. Nein, falsch. Live-Ar-Beta auf Paula. du greifst an du musst wieder dein memory name hey hey beni hey ein fotos ach Das gibt's nicht. Was? Ach, ein Fotospot! Ha! Ding! Pitcher stacken uns denn hier ist die Fotograf-Engineers. If I do so myself. Was, ihr Pekker ist auf dem Ruhm! Äh, Fotograf-Fontest of Memories. Di-ding! Di-di-di-di. Ja, muss das jetzt sein. Oh, von hinten! Muhahaha! Und du bist nicht dazu gekommen, du Universität. Sehr gut! So, äh, Happy Besucher. Di-di-di. Ich mach mich so auf keinen Sorgen, dass wir irgendwie im Game aufgehen könnten oder so. Dadurch, dass wir es in Dungemen haben und er trifft nicht. Sollen lassen, Leute. Die Runde war total für'n Rotz, ey. Total für'n Rotz. Ist geil, ne? Geiles Deutsch. Diken nicht mehr. No- necessimisch Potein-trink. Cinco- Ba-pa-pa-pa-pah-pah-pah-pa-pa. $400. Ich weiß, dass er irgendwo zwischen der Bomben versteckt und muss an die Welt nicht wo. Dass wir dann weiterkommen, dass wir dann ein gewisses Gefährt bekommen, dass wir dann weiterkommen. Halt, ne? Ich muss nicht nach unten. Ich schaue mich, ich muss nach unten. Oh, rote Raupe! Komm mal her! Bombs, zack! Ich stehe hin. Na, komm mal her, komm. Geht doch, danke. Bombs, drei rote Rauben, eine Aufnahme. Wie geil einfach nur, ey. Seifel 58, Offense, Alt, Vitality, 1, HP, 11. Geile Scheiße. Nee, egal, schade, kein Insta-Dev. Schade, dass der Dungeon-Man nicht mit einberechnet wird anscheinend, so wie es aussieht. WUSCH! WUSCH, der kann nicht egal, ähm! Ohohoho! Wie geil! Ohohoho! Paula 411, übertreibst man nicht, ey. Alter, oh, das läuft gerade so gut, ey. Da kann ich nicht mehr leben, wie geil! Ah, hier sind wir noch richtig gut. Und das Ufo ist da auf dem Wasser gespawrt. Armes Ufo! Ohohoho! Oh Mann, armes Ufo. Ich glaube, ich habe ihn eben kurz durch. Ich habe ihn nicht mehr. Oh. Danke. Okay. Flack! Uuuh! Oh no! I am getting caught in the palm trees. Hmm, I cannot move. Well, if I cannot move, it is, it is okay. Nels, it makes me sad, but I must say goodbye here, and add my eternal resting, Please. Und du? I believe it is impossible for me to move from this spot. Do not worry about me. Please, get to me on. Wie komme ich jetzt hier weiter? Guck mal mal. Jetzt haben wir natürlich wieder ohne diesen epischen, geilen, äh, ähm, Ilferschnitt, aber ne geil. Soll es die schaffen wir auch so hoffentlich. Hoffentlich zumindest das mal. Soll da eigentlich. Und mit Jeffs sehr viel Besucher sind wir ja total in Bar. Ah, das hat verdammt viel Epi geregelt, was die gemacht haben. Oh man, oh man. Die, 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 die. Da, 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 da. Autsch. Da, 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 dam, da, dam, da, dam, da, dam. Ah, nicht gesch, um, pizza, naja. Scheiß drauf. Aber jetzt ist es wieder plötzlich Wind, Posso! Ja, was soll ich... всch immer mal was funktioniert! Die, die ich hasse diese Schwicher, die es die klauen können Nennen... Nennen... Die, 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 die... ZUMERASH! Alter Vers 600! Nee, du bist in Ba, du bist einfach nur total uma. Oh man! Level 61 auf 1 maximal P 2 PP2! Oh man. So. Hallw! Was ist denn? Scary Place God ... Die darknesses on the other side of the river. The monsters are very strong and you can lose your health just by rendering in the swamp. Do you want to cross the liver even before you know it's a stupid idea? Yes. The swamp is buttonless. Even if you're swimming, you'll be dragged in. It is a different story if you have a submarine. Kann uns da vielleicht der Lungeman helfen oder so? Zufälligerweise. Let's mal gucken. Ich gehe auf jeden Fall erst mal auf den Octobot. Der geht mir nämlich auf den Keks sonst. Der geht mir sonst auf den Keks. Der klaut mir nämlich mein Zeugs und das ist nicht schön. Die Smash! Alter, dieses Smash-Angriff immer, ne? Geile Scheiße, geile Scheiße. Die, 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 diese Helferbesucher, ey. Dass sie auch noch AOE-Schaden macht. Das ist so immer einfach nur. BAM! Guck dich das an, der Schaden, ey. Ich meine, der ist variabel, aber er ist trotzdem immer einfach nur. Di, 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 di. Oh, man. Hihi. Oh, das läuft so gut gerade. Alles so gut, um da zu sein. Bunt of Water. Ach, schön. P-P-Pzeug gibt ihm auch gerade relativ viel. Das Submarine, I believe that I have one in my own vehicle collection. Please enter. Oh Gott, stopp, stopp, stopp. Stopp, stopp, bevor das Spiel mir irgendwie abschmiert. Irgendwie. Irgendwie abschmiert. Hallo, was sollst? Was sollst klicken? Äh. Jetzt. Nein. Immer noch nicht. Klärinskampf gegen die Tass, äh, gegen die Schieds, gegen die Codes, Hand und Codes. Könnte ich eigentlich auch die Part zu nennen. Äh. Das gibt's nicht. Äh. Ich klicke jetzt. Endlich. Was soll das? Ich klicke hier und, äh, es passiert nichts. Das ist echt. Ähm. Ich klicke auf die Maus, das gibt's nicht. Ähm. 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 Ich verschille die Tassen ausprobieren und irgendwie ist meine Hand, kalt, ein Fenster auf ist. Das gibt's so nicht. Hallo. Ähm. Hallo. Ah, sehr gut. Oma Kostenselbstät. Oh, Mann. Die Musikklinge eben sehr komisch. Oh man. Ähm So, Hefe Besuka bitte. De-de-de-de De-de-de-de Ein HP, warum bist du Imba? Nicht 365, vielleicht 137 von Schiss. De-de-de De-de-de So. Oh Gott, so viele Gegner. So viele Gegner Prozent verheiratet und natürlich sterben die Beiz ist klar so wie es noch mal lange habe ich schon wieder vergessen Scheiße und wir müssen glaube ich dadurch das andere Loch durch also um aber so viel schwer dürfte es jetzt nicht mehr werden hoff ich zumindest mal da dann ich hoffe es auch nur noch einfach durch die Kenne die Schilder daher lecktes Todes Prozent warum darf ich das nicht mit einem Schlag töten es ist ich habe eben Chef glaube ich danke es reichen das doch reichen der Damm 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 hier die ist so bei Jahren das ist falsch genau die 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 in der Wand ist wieder diese scheiß starken Gegner Prozent Damm 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 wir sind die die Sammlung das ist nicht schön er wird es nicht klar der der aber die Musik von der Zeit noch gar aber wo auf alle aber wohl aber wohl die V das ist ein geiles Lied nicht aber wohl die V aber wohl die V Oh, so ist es richtig. Bin ich jetzt nicht weit gelaufen, denn ich bin so ein Idiot. I'm such an idiot. Fidiot, idiot, idiot. Kann ich noch so pennen gehen? Was soll's? Oh man, oh man, oh man, oh man. Die... Wir haben zu der 5 Uhr. Heilige Kacke. Oh man. Dies ist noch mal lang, lang. Ich hab's schon wieder vergessen. Ganz vergessen, dass wir ja noch mal in den Dungeon Man rein müssen. Näh, äh, näh, 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 nack, diese Musik ist so abgespackt. Sie ist einfach nur total abgespackt. Ach, hier ging's lang, ne? Na, wie war das jetzt? Äh, keine Ahnung. I don't know. Ach hier, genau. Hier. Geht doch. So. Und hier ist genau das Monster, ähm. Ähm, Bestarium, nenn es mal von ihm. Bestarium. Und das Leck, du bist die Kanone. Ach genau, und war ja, was war da drin? Wettowel, ne? Ach, ich muss den Namen nicht. Hallo, Dungeon Man, naja, gut gut. Ja, was machst du jetzt eigentlich, dass du jetzt die ganze Zeit da drinnen feststeckst? Und wie hast du das Schild bewegt? Naja, ähm, ja, äh, was machst du jetzt eigentlich, dass du jetzt die ganze Zeit da drinnen feststeckst? Komm, spawnt da ein bisschen Pile. Okay. Na gut. Aha, aha, Pilze, Pilze, Pilze. Und zwiel die Pilze, ähm, okay. I sit up a telephone line in the dungeon. I wonder if that's controversial, controversial, with words. Ah, hier, okay, aber das geht mir jetzt noch nicht hin. Ich will noch ein bisschen weiter erkunden, ob es irgendwelche Geschenke gibt, zufriedigerweise. Schade, dass es keine schwarzen Telefone sind, aber naja, man kann ja nicht allzu lange. Da ist mein Wippen. Ähm, ah, okay, das ist für Paula, denke ich mir mal. Da kann sie wahrscheinlich, äh, keine Ahnung, was kann ich denn da wegschmeißen? Ähm, Jeff, wir könnten eigentlich mal den Roll-Ice-Tee, mal eben, wegschmeißen. So, Jeff takes it. Ähm, Paula, ne, Jeff, Tarsman-Weapon, halb. Missgelanes Equipment, that can only be used by Paula. Wenn Equip luck is increased. Ah, ja, okay. Die Wippen, was waren das nochmal für ein Slots? Ähm. Ähm. Oh, scheiße, sorry. Ach, was weiß, wir nutzen, es einfach. So. Aber es ist zwar verschwendet, aber was weiß, es muss auch schnippen. Nein. Äh. Give Paula. Danke, und Equip, Paula. Nein. 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 Aber wahrscheinlich. Da ist mein Wippen. Ja, T-Fans steigt, immerhin. Lucky Coyle, schmeiß mal weg. Wie gesagt, so schnell kommt man nicht mal an den, ähm, an den, ach, verdammt, an den, an den Händler, weil wir nochmal durch die Darkness müssen und so. Und da sind wir bald auch übrigens schon am Ende vom Spiel bald, weil die Darkness noch, dann müssen wir nach Onet, äh, um dort was Besonderes besorgen. Und dann, wow, alter, die viele Gäger. Alter. Pfff, hier Wolf, das Wolf ist Brotopressen. Ist klar, kein so ein CP, wow. Ähm. Onet, und da müssen wir schon zum achten Heiligtum, und das war's dann. Oh, der Hickle Collection. This is my secret hobby. Brückwotes. Taxi with no engine, beautiful, even four, that thing doesn't run. Doesn't run. Bis besorgt sich die da nicht in, 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 in Motor? Was die Bicycle, was ist Perfect Brake? Brückwote. This is, this is a gift from Dr. Endonuts. Be careful how you use it. Brückwote. Na, da wollen wir mal eben kurz benutzen. Wollen wir uns mal vollheilen? Ich finde den Dungeon aber so, so ein Easy einfach nur. Bloken Down, Old Submarine. The low color is purely for coincidental. Oh gosh. We all live in the low submarine. Yellow submarine. Yellow submarine. We all live in the yellow submarine. Yellow submarine. Yellow submarine. Ja, das ist auch ne Bilysanspielung. Self-check the broken submarine. Yes.